Wir freuen uns irrsinnig, also nach zwei Jahren jetzt Corona-bedingter Pause, dass wir hier wieder an den Laufbahn starten dürfen. Man sieht es, die Leute werden kommen und man hat jetzt bei den vergangenen Live-Wechsel gesehen, da gefällt uns einfach, dass Rauchtturm Krampus in Kammern erhalten bleibt. Wir haben mittlerweile jetzt zehn Gruppen mit uns, also neun Großgruppen, es sind weit über 100 Krampus, die jetzt in Kammern sind. Wie jetzt wird der Nikolaus natürlich einmal die Braven belohnen und anschließend kommen die bösen Krampus und werden die Schlimmen bestärfen. Ich bedanke auch sehr herzlich unseren Grampus-Berein Geben die Unfälle, Spice. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020